Hi und herzlich willkommen zurück hier bei MRTV zur AWE 2032 in... ...2023? I just said, forget it, okay. I'll do this German one. Okay, nochmal neu. Hi und herzlich willkommen zurück hier bei MRTV zur AWE 2023. Hier vom Vario-Stand. Und Vario hat etwas Neues hier. Tristan, ich werde nicht mit dir sprechen. Okay. Auch wenn du willst, ich weiß. Ich habe drei Jahre in der Hochschule. Okay. Ich verstehe es. Was zeigst du hier heute? Wir zeigen die XR3 Focal Edition als einer unserer primärer Showcases, obwohl wir ein paar andere Head-Sets in der Booth heute haben. Und das ist die principale neue Sache, die wir in der Falle launched haben. Und wir bekommen eine große Reception und Pick-up mit diesem Produkt, insbesondere für diese Training-Szenarien, wo du in einem kleinen Umfeld, wie ein Cockpit, du wirst sogar noch mehr krisp Video Pass-through als die typische XR3, die du kennst. Genau, das ist großartig. Es ist bereits das beste. Ja. Also, was ist die Unterschiede? Warum ist es mehr krisp? Wir haben einfach die Focal-Planche ein bisschen. Okay. Von einem Scenario, wo du vielleicht in einem Raum interagieren kannst, und so die Focal-Planche ist weiter, damit alles klar ist, weiter weg. Jetzt, in einem Scenario, wo du einfach in einem gesetzten Raum wirst du es viel klarer sehen kannst, auch von einer Armstelle. Okay. So, es ist nur eine kleine Veränderung. Okay. Ja, was sie hier zeigen, ist die Fokus-Edition der XR3. Und der Unterschied ist einfach, dass der Fokuspunkt näher dran ist. Und das wurde nachgefragt von einigen Benutzern. Sie wollten halt den Pass-Through noch krisper haben, noch schärfer. Und das haben sie geschafft, indem sie den Fokuspunkt noch näher heran bekommen haben. Okay, I would like to know now, how about things in the distance? Is it not as sharp anymore? Because now the focus point is closer. So, it's kind of the opposite of the normal XR3. So, it's still very clear in the distance. It's just a little bit less clear, perhaps than the normal XR3, which is better suited for that. Right. And so, you like the same way you've always seen, even with the XR3, with the near term, looks clearer. The further distance still looks clearer, just maybe a little bit less crisp. It's not hard to, it's not very easy to notice. Okay, okay. Also, es ist vielleicht ein bisschen weniger von der Klarheit, aber es ist immer noch super klar. Und ja, für die Leute, die wirklich das allerbeste Bild noch näher haben wollen, weil man vielleicht etwas lesen muss in VR oder im Cockpit, wenn man da es noch klarer sehen möchte, und dafür ist dann die Focal Edition gut. Okay. How about pricing? Is it more expensive than the standard one? Slightly more expensive. Okay. But this is also designed and built in Finland, instead of our normal production facilities. Oh, really? It was made in Europe. So, this is made in Europe, yeah, in Finland. I like that. We like that. This is also one of the pieces of feedback from our government customers, especially the US government. Ah, right. It needs to be TAA certified. Right, that makes sense. And so that's something you also get an extra benefit, is that not only do you get the focal edition aspect, but you also have a TAA certified device. Okay, perfect. So that's why it's been very well received by our government customers on the flight simulation, kind of use cases specifically. Okay. Das Ganze ist ein bisschen teurer als die normale XR3 und interessant zu sehen auch noch. Das Gerät wird diesmal nicht in China hergestellt, sondern in Finnland. Und das ist besonders gut für Regierungsstellen, die da nicht so okay sind, dass das zum Beispiel in China produziert wird. Sehr interessant. Okay, I'm going to check it out now. I love it. Let's do it. Thank you for this. Ja, gut. Dann werde ich es jetzt mal aufsetzen und mal schauen, wie es aussieht mit der Focal Edition. Ich habe das auch schon gemacht in Wirklichkeit mit dem englischen Video und ich kann euch sagen, ja, wir haben hier, könnt ihr mal kurz schauen, es ist wirklich sehr klein geschrieben. Hier, super kleine Schrift. Und jetzt, wenn ich so nah dran bin, ist es am schärfsten. Also, sie haben wirklich den Fokuspunkt komplett nach vorne gebracht. Jetzt auch nicht wirklich komplett, aber super scharf ist es hier jetzt für mich. Das heißt, wenn ihr wirklich Dinge perfekt lesen müsst in VR, oder wenn ihr im Cockpit alles extrem scharf haben wollt, dann ist es jetzt hier die XR3 Focal Edition. So heißt das Ganze. Ja, interessant. Sehr spannend. Und ich freue mich, dass wir euch das zeigen konnten. Das war es hier vom Vario Stand. Und ich freue uns darauf, euch im nächsten Video zu sehen. Bis denn, macht's gut. Ciao. Die XR3 Focal Edition, die hat einen großen Unterschied. Und zwar ist es, dass hier der Fokuspunkt näher dran ist an dem User. Genau. Das heißt . Hier, hier, hier. Hier. Hier, hier's mein body is laughing. Hier. Hier im Typ. Wir haben das blooper. Das ist ja blooper. Win? Ich weiß, das ist mein Fakt. Das ist mein Fakt. Du bist richtig. Das ist mein Fakt. Das ist mein Fakt.